Bei allen Frutzeleien sind die Sympathien offensichtlich. Wie groß bist du eigentlich? 1,88. Einen Ticken größer. Denn Tennis-Idol Boris Becker und Poker-Weltmeister Pius Heinz sind mittlerweile nicht nur am Pokertisch Kollegen. Heinz, der im vergangenen Jahr in Las Vegas 6,3 Millionen Euro gewann, profitiert von der großen Erfahrung des Wimbledon-Siegers. Ich denke, unsere Story ist sehr gut vergleichbar. Beide in jungen Jahren in ihren Bereichen sehr erfolgreich, dadurch sehr bekannt, dadurch quasi über Nacht mehr oder weniger berühmt, bekannt, wie man es auch immer nennen will. Und da bin ich natürlich unglaublich dankbar, dass Boris mir da mal mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn ich Fragen habe. Und die habe ich nicht selten, weil er es halt alles schon gemacht hat. Er hat alles schon erlebt, er hat viele Sachen richtig gemacht, einige Sachen falsch gemacht, wie auch immer. Er hat immer einen guten Rat und das ist für mich unheimlich viel wert. Mit seinem Rekordgewinn katapultierte sich der 22-Jährige über Nacht in das Rampenlicht. Jetzt tritt Heinz bei der European Poker Tour in Berlin erstmals wieder in Deutschland an. Und wieder sind mehrere Millionen im Jackpot. Um die kämpft auch Boris Becker. Als 17-Jähriger hatte er 1985 den ersten seiner drei Wimbledon-Titel gewonnen. Und lernte selbst die Vor- und Nachteile schneller Popularität kennen. Erfahrungen, die er jetzt weitergehen kann. Er ist ein intelligenter junger Mann, der versteht einfach, dass das Teil ist des Geschäftes. Das Teil ist, als Weltmeister eine besondere Rolle einzunehmen. Und das ist einfach, das eine geht nicht ohne das andere. Du kannst nicht einer der besten Pokerspieler der Welt sein und hoffen, dass sich keiner kennt. Also das geht nicht. Fototermine, Interviews, wenig Freizeit. Während für Becker die negativen Seiten längst Alltag sind, musste Heinz sich erst einmal daran gewöhnen, im Fokus zu stehen. Doch was hat sich der ehemalige Student eigentlich von seinem Preisgeld geleistet? Nichts Teures, also wirklich nicht. Ich habe mir eigentlich bis jetzt noch sehr wenig gegönnt. Ich bin einfach kein besonders materieller Mensch eigentlich. Häuser, Autos, Yachten oder sonst irgendwas, nee, kann ich nicht mit dienen. Auch wenn er beim Turnier in Berlin eine weitere hohe Summe gewinnen sollte, Pius Heinz scheint auf dem Boden zu bleiben.